Der aucht ja schon. Ach, geht aber. Jetzt hab ich noch so um die 30 FPS. Ich hab schon mit 20. Na komm her. Die Spawnzeit ist ja hier sehr sehr kurz. Jetzt der Jet. Na. Ich glaub ich hab ihn trotzdem getroffen. Geh die schon wieder oben mit der Base? Ja und da. Der Faden kurz ist links irgendwo, okay. Mach schon weit. Was das? Was ich hab ECM immer noch? Ich dachte ich hab... Hm. Ah gut, diesmal hab ich's spät genug gemacht. Da steht nur Rauch und nicht ECM. Scheiß Dieb ist da unten. Na. Da kommt noch was. Geht dies wieder oben? Oh verdammt, stimmt. Ah ja. Guck gar nicht an, diesmal. Kurz vorher. Kurz vorher. Kurz vorher. Jetzt. Oh. Oh. Oh, das war ein Kiwi. Das ählt. Bam. Oh, das funktioniert sogar mit dem Kurz vorher. Seht. Oh. Oh. Oh, das ist jetzt hier. Oh. 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 Oh, das ist jetzt hier. Oh, ist mir ruhig geblendet worden, oder? Ja, wir beide. Achso, wir beide, oder? Was ist das denn für Balance? Vor allem sind wir jetzt wieder mehr, hä? Ja, deswegen. Ach, man. Jetzt ist ja gerade mit dem Heli los. Wir haben wieder Panzergehen und ein bisschen nerven. Toll. Punkte weg, ey. Alles für nichts hier. Da sind Mine vor uns. Oh, das hat gerade alle meinen Reactive Armor gefressen. Achso, du machst schon. Ja, du kannst ja auch auf der anderen Seite. Jo, ich passe lieber auf. Was auch nicht. Okay, alles ist dran. Ja. Ach, ist der Heli. Wenn ich auf den Berg fahre, kann ich ihn auch anvisieren. Oh, das ist schon. Wääh? Ich erinnere mich. Aber nur einer diesmal. Egal, weg ist weg. Ach, scheiß drauf. Einfach rüber hier. Fuck. Ganz toll, echt. Oh, das ist okay. Auf dem Dach ist einer. Jetzt ist einer vor uns. Jetzt ist ein Panzer drin. Das ist gegen Reactive. Das ist gegen Reactive. Ich habe schon. Au. Ist er weg? Oh, shit. Das ist ausgestiegen, er ist drin. Ich bin fast drauf gegangen. Komm nochmal. Wir können auch da an den neuen reingehen. Oh, es wird anvisiert. Oh, hinter uns. Zwei. Also, wir haben da. Ne, da ist er. Hallo. Voll ins Gesicht. Tsch. Der Heli ist ja noch nicht gewesen. Ja, ich glaube, hinter dem Haus. Ja. Na, das kommt tiefer. Tsch. Oder ist noch einer. Hallo. Voll schießen. Boah, ich habe ihn voll getroffen. Links ist er irgendwo gewesen. Das sind zwei auf jeden Fall noch. Ja, kommt da. Scheiße. Boah. Boah, ich habe ihn vorher noch getötet. Heli wäre frei. Ja, weil nur drei Leuten. Weil nur zwei Leuten. Ach, du bist auch gestorben. Ja. Ja. C4-Explosionen waren ein bisschen toll. Da ist der Heli. Hinter dem Haus. Tschüss. Statt schön still. D sind auf jeden Fall welche. Pss. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Das ist eh gut. Einen habe ich. Ich glaube mal. Da ist der Heli. Bäh. Oh, wir haben wieder einen in seinem Squad. Oh, wie. Drei Punkte erobern. Besser wäre das, ja. Das ist der Jeep. Ja. Und der Heli. Ja. Und ein Jet. Oh, da kommt er. Ja, genau. Ich glaube aber, er ist auch abgestürzt. Doch, ne. 93er, ey. Kringen wir. Ich glaube er ist auch rausgesprungen. Ja. Ne. 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 Hab ich noch Speck. Achso, ich dachte, der ist rausgesprungen. Nee. Oh, er hat einen Punkt da, Robert. Oh, ein Punkt. Zwei haben wir. Ich will dir, nee. Aber es sind noch 3 gegen 3. Oh, da kommt ein TV. Solo TV. Das kriegst du. Ja. Und da oben kommt ein Jet. Tada. Das kriegst du. Oh. Tch. Ist auch rausgesprungen. Direkt vor uns. Was? Noch einer. Äh, der Heddy. Nee, der Jet. Nee, der Jet. Sehen dich. Rechts oben waren wir. Ja, ist genau über uns. Oh, rausgeschossen. Oh, ich lass mich töten. Oh, ich mach aus, das macht keinen Spaß hier auf dem. Komm schon wieder. Also. Ja.